Das war doch erfolgreicher Angriff, würde ich mal sagen. Ich meine, das Flugfeld ist weg, die Kaserne ist weg. Da noch die Schütztürme und dann war es das im Prinzip. Da ist noch ein bisschen Infanterie. Ich bin ja am überlegen, ob ich direkt angreife. Ach, ich versuche es einfach mal. Sichern, weiter. Ja, man merkt schon, ich spiele sehr professionell. Ich freue mich schon auf die letzten Missionen. Die waren so höllenscheiße schwer, weil wir werden. Weil ich sie so unglaublich high-skills spiele. Egal. Auch ein schöner grafischer Pack, den man hier so erzeugen kann? Ach nee, das war bloß bei kleineren Maps. Keine Ahnung. Ich weiß selbst nicht, was ich jetzt genau damit sagen wollte. Und wir überfahren die jetzt mal bitte. Komm, gib mal Gas. Ach, komm schon, drück das Pedal durch. Och, echt, man muss ja echter schießen. Och. Schlimm. Schlimm. Ja gut, ich muss doch gemischte Einheiten später bauen, glaube ich. Obwohl. Fehlende Intelligenz ersetzt durch überzogene Waffengewalt. Ja, schießen sie wieder mehr selbst kaputt, als sie den Feind kaputt machen, naja. Mach das mal die Verteilung und plach. Das wäre doch sonst nix. Oh, wir fahren, ne? Komm. Na, also. Jetzt das Ding noch. Und. Kriegen gleich einen neuen Panzer. Zwei läuft mal rüber und tödert sich ein bisschen. Ach, überfahr doch die Pfeifen einfach. Hä? Oh, der Techniker ist gestorben. Boah, tut mir jetzt im Herzen leid. Ich mochte ihn sehr. Wie ist er noch gleich? Keine Ahnung. Na komm, merkt das Ding hoch. Holen wir uns noch Luftunterstützung. Lohnt sich das überhaupt? Nicht wirklich, ne? Oh, ich lieb's immer, wenn das so einzelner Strich da steht und die Einheit trotzdem nicht fertig wird. Weil er eben noch einzelner Strich steht. Könnt ihr die nicht einfach überfahren? Da, die fahren teilweise mittendurch und trotzdem zählt, dann alles getötet. Also, überfahren. Wie auch immer. Sag mal, der lebt ja immer noch. Verdammt, es ist nur ein einziger und ihr seid sechs Panzer. Wie kann es so lange dauern, dass sechs Panzer ein verfickt Infanteristen töten? Soll ich spiellich ein Minimum an Realismus aufbieten? Echt, nee, nee. Ja, ja. Komma, der Konka und Realismus, das hat noch nie zusammengepasst. So, ihr seid jetzt Team 2, hab ich beschlossen. Ja, das Ding mal in die Luft. Dann kriegen wir ihn Luftunterstützung. Ja. Los geht's. Wie gesagt, ne? Jetzt krieg ich Luftunterstützung, ja. Und ich krieg genau einen Flieger, ja. Weil der Feind ja jetzt doch so viel hat. Oh, aber kann Kraftzeugen schön mit killen. Bringt mir jetzt zwar gar nichts, aber egal. Oh. Okay. Oh, das hasse ich an Kommandikon. Man kriegt Infanterie so scheiße tot. Wenn der Gegner damit scheinbar irgendwie überhaupt kein Problem hat. Ja, komm. Macht Hackfleisch aus dem Zeug. Seitdem ist uns zu beenden. Hab ich genug blamiert. Erst herkommen, großmächtig auf. Mann, sind die dämlich. Ob wir fahren? Nein, so. Boah. Das ist so. Stellenweise so schrecklich. Man möchte weinen. Ja, weinen hätte ich jetzt auch gerne. Schickt mir ein Glas Wein. Aber guten Wein. Nicht so billigen. Und roten, ja. Schickt mir Rot, schickt mir Rotwein. Schickt mir einen guten Rotwein. Und. Boah. Das war's dann im Prinzip mit der Mission. Unser Trupp 3. Trupp 2 hab ich gemeint. Trupp 2 fängt dann noch die letzten hier ab. Und. Ja, das war's dann mit der Mission. War ja einfach. Hatte keinen Moment lang Probleme. Schau dir wen gegenseitig an. Halt. 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 Mission sichern. Das sichern wir doch gleich nochmal. Damit ich nachher nicht so viel wieder spielen muss. Halt. 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 der Kopter gehabt zu haben. Oder war das der Feind? Lässt sich nicht so wirklich auseinanderhalten. Oh, ich hab 45 Einheiten? Warte, hier überhaupt zu viel, hä? Ich hab Gebäude verloren? Ach, zivile Opfer zählen auch dazu. Das erklärt's wahrscheinlich. Glaub ich, oder? Keine Ahnung. Egal. Wir machen weiter... mit... Was hab ich gewählt? Ah ja, die rechte Variante. Komm. Husch, husch. Mach mal Vorrang hier. Na, komm schon. Na, also... Wir nehmen rechts. Und zwar... Rechts hab ich gesagt. Die Slowakei mit Bevölkerung. 5.300.000. Voll wenig. Geografische Region. 49.000... 2... 32... 49.032 Quadratkilometer. Hauptstadt Bratislava. Komischer Name. Regierungsform, Republik. Ja... Gibt's noch was anderes in Europa? Pro Sozialprodukt. Unerheblich. Schon wieder so Kaffland. Krisengebiet. Bratislava. Ah, in der Hauptstadt... Also... Militärkräfte, örtliche Milizen. Weltnachrichten und Kommentare. Sechs wichtige Beiträge übertragen. Boden- und Luftkämpfe zwischen Nord- und GDI-Droiden eskalierten heute, als Nord eine neue Bodenoffensive gegen die afrikanischen GDI-Truppen startete. Wohl als Reaktion auf die jüngsten Etat-Kürzungen bei der GDI. GDI-Sprecher dementierten erneut Gerüchte über Waffentests, an denen auch Laserkanonen im geostationären Orbit beteiligt gewesen sein sollen, die ganze Armeen in Sekunden ausrotten könnten. Schön wär's. Exklusivfotos, die heute aus dem Weltzentrum für Tiberiumforschung herausgeschmuggelt wurden, belegen ernsthafte ökologische Schäden in Tiberium-reichen Gebieten. Ob diese ungewöhnlichen Auswirkungen auf pflanzliches Leben in irgendeinem Zusammenhang stehen mit den jüngsten Berichten über Tiberiumvergiftung bei Menschen, das bleibt abzuwarten. Und die Zahl der Toten bis jetzt, die kennt hier noch niemand. Schade. Schade. Nun? Worüber wollen wir plaudern? Ihre O-so-starken GDI-Truppen sind praktisch entmannt und sie selbst stehen da als Kindermörder. Ist doch schön. Natürlich stimmt das nicht. Aber die Welt glaubt nur, was die Medien ihr zu glauben anbieten. Und ich bestimme, was die Medien glauben, ganz einfach. Hä? Ihr kleines Schusstier wird wahr. Aber da ich jetzt weiß, wo Sie wohnen, Commander, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Wäre ich an Ihrer Stelle, würde ich meine letzten Stunden auf Erden damit verbringen, mich zu vergnügen. Natürlich. Sie können stattdessen auch für eine verlorene Sache kämpfen. Aber Sie wissen, es ist vorbei. Soll ich wieder irgendwas wissen? Ich weiß nie was. Erzählt mir ja nie was. Hä? Flimmer hier. Oh. Feldeinweisung unter Gefechtsbedingungen. Ernste Bedrohung der Zivilbevölkerung in Sektor 24. Innerhalb der Region Bratislava. Oh. Ich glaube, das war wieder so eine beschissene Mission. Dieser Auftrag ist von größter taktischer Bedeutung. Naja. Schon klar. Sagen Sie immer. Zivilisten erkrankt oder sterbend. Ursache ist Tiberiumvergiftung. Das ist doch nicht mein Problem. Doktor Möbius errichtet Feldlazarett mit Forschungsstation. Ihr Auftrag? Beschützen Sie Möbius, sein Team und die Zivilbevölkerung unter allen Umständen. Oh Gott. Ich glaube, ich habe die falsche Version ausgewählt. Oder muss man das in beiden machen? Das war wie so beschissene Beschütze-irgendwas-Missionen. Ich hasse diese Dinge. Hey, hier ist keiner. Lass uns die Autos klauen. Es ist viel lustiger, sich niemanden zu beschützen. Das ist doch nur ein Friedhof. So. Wir sind hier. Wo auch immer genau hier ist, das sind wir. Und... Auftrag. Nochmal genau. Also. Hm. Das heißt also, ich muss scheiß Zivilisten doch beschützen. Und wir haben Raketenwerfer. Die auch ziemlich scheiß waren in der PC-Version. Und habe ich jetzt das Richtige gemacht? Oder war das... Vorwärts. Nein, das war doch nicht die Version, wo die geschützt sind und direkt am Anfang stehen. Nein. Hoffe ich zumindest es nicht. Bitte sag mir, dass es die nicht ist. Ne, ne. Die kommt dann später. Da muss man jemanden retten, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir können die Sansa-Krategie mal ausprobieren. Ja. Ich will die unbedingt mal ausprobieren, ob sie funktioniert und so. Ich muss ein Iberium. Ohne Iberium brauche ich keiner davon in die Errichten. Äh. Hallo? Ich glaube, ich muss gleich nochmal anfangen und... Hm. Ich habe meinen Bauhof völlig falsch platziert, wie es aussieht. Sagen wir bitte das. Verdammt, ich muss doch... Boah, gibt es denn nirgends mit Iberium? Warte, warte mal, da geht es ja auch noch runter. Jawohl, zahl, bestätigt. Oh nein, das... Ja, jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Ich such wieder ewig weit weg, anstatt direkt mal vor meiner Haustür. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl, stätigt! Natürlich. Moment, das ist ein MRL-S, oder? Ne, Stahlhagel. Auch gut. So, mein Erkunde, du fährst jetzt mal da runter. Ah, da gibt's ja die Bärum. Das wollte ich fast schon sagen, in Masse, naja. Ah ja, genau. Das muss ich beschützen. Ich freu mich drauf. Ich freu mich drauf. Und ich werde auf jeden Fall mal die Sansa-Mission ausprobieren. Sansa-Mission, Geschmack. Also, Sansa-Strategie. Ich will wissen, ob die noch funktionieren, einfach deswegen. Und sie ist zwar lame und so, und dann unfair, aber pfff, ist mir egal. Und vor allem ist die Frage, wie funktioniert die, weil sie mir überhaupt nicht zugehört haben, oder jetzt erst einschalten. Es ist ganz simpel, man braucht einfach Sansa bis zum Feind. Kann ich überhaupt über das Wasser Sansa bauen, funktioniert die Taktik überhaupt? Und der Feind schießt die Sansa gar nicht kaputt. Und kommt dann nicht mehr aus seiner Basis raus. Und dann kann man da alles zubauen, dann kommen die Sammlern immer raus, dann schießt man die Sammlern kaputt. Und dann will der Feind angreifen, kann es aber nicht, weil er aus seiner Basis rauskommt. Und, wow, fantastisch, da steht gleich eine Artillerie. Könnt man jetzt schon custom schau'm ruhig